Hallo Leute, ich bin LegendKiller und herzlich willkommen zu einem kleinen Vorstellungsvideo. So wie es wahrscheinlich im Titel steht, seid ihr auf der Suche nach einem Team für Contest by Global Offensive. Denn wer kennt es nicht, man hat ständig irgendwelche Randoms im Team, die einfach nichts können oder die einfach keinen Sprachchat benutzen oder sonstigen Chat benutzen oder irgendwelche Russen, die einfach nur Russisch sprechen und man deswegen einfach nicht zum Beispiel so wie ich aus Silber rauskommt. Dafür geht ihr dann einfach am besten auf csgo-teamfinder.com und hier könnt ihr euch wie gesagt ein Team suchen bzw. Spieler für euren Clan, wenn ihr zum Beispiel zu dritt oder zu viert seid und dann noch ein, zwei Spieler haben wollt. Und naja, ich erkläre euch mal oder zeige euch mal so ein bisschen heute die Seite in diesem Vorstellungsvideo. Als erstes drückt ihr natürlich einloggen über Steam und werdet dann auf Steam weitergeleitet. Hier müsst ihr euch eventuell einloggen, ich bin schon bei Steam eingeloggt, deswegen drücke ich einfach nur auf Ja anmelden und werde dann wieder zurück auf csgo-teamfinder zurückgeleitet. Und naja, wir suchen einfach mal, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr jetzt sagen wir mal ein Team seid und ihr sucht jetzt noch einen Spieler. Dann drückt ihr hier oben auf Players und hier steht dann Minimum Rang. Dann könnt ihr hier eingeben, ich bin jetzt Silberlite Master. Ich suche jetzt sagen wir mal einfach einen Typen, der ein Level unter mir oder ein Rang unter mir ist und am besten zwei Ränge über mir. Also Gold Nova 2, dann Kontinent, Europa. Welche Sprache soll der sprechen? Natürlich Deutsch, da wir in Deutschland sind, könnt ihr auch zur Not Englisch wählen, je nachdem was euch besser gefällt. Und was suchen wir? Wir suchen natürlich Matchmaking, hier kann man auch competitive irgendwas, Liga-Spiel, Casual machen. Wieso gibt es den zweimal in die? Naja, egal. Auf jeden Fall suchen wir ja Matchmaking. Matchmaking ist ja das Rangsystem, womit man hier aufsteigen kann. Aber das wisst ihr sicherlich. Dann drückt ihr einfach hier unten auf Filter. Hier gibt es noch ein paar Premium-Filter, die man einstellen kann. Aber naja, Premium, da muss man sich extra hier Premium für kaufen und ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Dann könnt ihr hier gucken, zum Beispiel der hier Most Wanted, der ist Gold Nova 1. Dann hier Panzerknacker ist Gold Nova, äh Gold, äh Silber Elite Master. So. Und wir scrollen jetzt einfach mal hier das Nuafi-Bild des Dingens, drücken wir einfach mal auf den Namen drauf. Und ich hätte hier, hallo, suche ich Leute für Matchmaking zum Spielen. Und ja, hier ist dann halt Contact Me, sein Steam-Profil. Da könnt ihr draufdrücken, könnt ihr dann adden und dann könnt ihr schreiben, hallo, ich kenne dich von CSGO-Teamfinder oder ihr schreibt einfach hier einen Kommentar drunter und, ähm, schreibt dann irgendwas drunter wie, hallo, wir sind Clan, bla bla bla, willst du nicht bei uns beitreten? Oder schreibt dann einfach direkt über Steam an. Ich glaube, direkt über Steam ist das einfacher, beziehungsweise sieht der die Nachricht schneller. Wenn ihr jetzt aber, so wie der Typ, sagen wir mal, alleine seid und ihr sucht ein Team, dann drückt ihr einfach hier oben. Natürlich, wie soll es anders auf Teams sein? Äh, dann drückt ihr wieder hier, gucken wir mal, Silber Elite sollte das hier mindestens sein und am besten Gold Nova 2, also nicht zu hoch, denn, ähm, ich glaube kaum, dass jetzt so ein Gold 3 oder Gold irgendwas, Gold Master oder so, dass das einen mit einem Silber Elite spielen würde. Deswegen, am besten so zwei, ja, Ränge würde ich jetzt empfehlen. Ähm, Unterschied und, ja, Kontinent wieder Europa, dann primäre Sprache, natürlich German und wieder Matchmaking. Premium-Filter können wir, wie gesagt, nicht machen und dann drücken wir einfach auf Filter, damit der Filter angewendet wird. Und hier gibt es einen kleinen Unterschied bei den Teams. Zum Beispiel seht ihr hier schon überall diese Cumming-Zeichen. Da könnt ihr einfach mit der Maus, na, scheiß Werbung kommt da auf, mit der Maus drüber, dann steht da, die suchen zum Beispiel einen AWP-Spieler. Das heißt, wenn ihr gut AWP spielen könnt, schreibt ihr, könnt ihr die anschreiben, dann suchen die noch einen Entry-Frigger, also einen Typen, der den ersten Kill am Anfang der Runde macht und einen Supporter. Dann könnt ihr einfach hier, wenn ihr kein Premium habt, könnt ihr einfach mal hier durchscrollen. Zum Beispiel, die suchen für einen Rifler und, ähm, naja, wir scrollen einfach, wir nehmen einfach mal hier Star-Spots, die suchen hier AWP, Flanker und einen Caller. Drücken wir einfach da drauf. Und dann steht da hier, hallo, wir sind ein deutschsprachiges Team, suchen zwischen 15 bis 17, nee, wenn du zwischen 15 und 17 bist, bla bla bla, können wir da vorbeischreiben und dann vorbeischauen. Dann könnt ihr einfach, wie die Leute hier, euer Steam-Profil in die Kommentare schreiben und die werden euch dann adden. Und, ähm, ja, könnt ihr, hier steht nochmal, was sie alles haben. Der User, der das erstellt hat, Geo, der Boss, dann aus Deutschland, Location, die benutzen Teamspeak und, ja, die sind Rang Goldnova, zumindest der Typ, der die Anzeige hier erstellt hat, ist Goldnova, dann steht nochmal, die gucken für AWP, Flanker, Caller und noch ein Wifeler. Und dann könnten die Typen euch adden oder ihr addet die Typen normalerweise bei manchen, Moment, wir gehen nochmal zurück, ja, ja, Dokument erloschen. Bei manchen steht auch ein, äh, wir drücken einfach mal hier drauf, bei manchen steht auch ein Link, äh, okay, bei denen jetzt auch nicht, bei manchen steht auf jeden Fall noch ein Link dabei, wo ihr die direkt adden könnt oder so ein Teamspeak-Server, dann steht da, kommt nochmal vorbei. Und, ähm, hier seht ihr auch wieder in den Kommentaren, könnt ihr dann einfach euren Steam-Link reinposten und, ähm, ja, ihr werdet dann wahrscheinlich schon irgendein Team finden. Wenn ihr jetzt aber auf der Seite nach einem Typen seid, der euch ein bisschen coacht, könnt ihr auch auf der Seite, dann drückt ihr einfach hier oben auf Coaches. Dann gucken wir, also, der Coach, meiner Meinung nach, sollte zumindest Goldnova Master sein und bis, äh, ja, maximal Kontinent, am besten deutschsprachig, äh, German, Europa und dann Deutschland. Und es gibt keinen. Okay, gibt's jetzt keinen Deutschen, oder? Ah, okay, also, es gibt anscheinend keinen deutschensprachigen Trainer. Wahrscheinlich können manche von denen auch Deutsch, aber wie nachdem. Dann drückt ihr einfach mal hier auf Sascha drauf, dann steht hier halt drauf, ähm, ja, was der alles anbietet. Bei manchen Leuten, die bieten halt auch, ähm, ja, Boost-Service, sag ich mal, an. Dann wollen die, oder hier auch Coaching, die wollen dann halt meistens auch irgendwas dafür haben. Zum Beispiel wollen die irgendwelche Skins von euch haben. Ja, meistens sind's halt Skins. Manche wollen, glaub ich, auch Echtgeld haben. Hier steht auch überall Boosting, Boosting, Sheep, Sheep Boosting. Aber ich würd Boosten eigentlich nicht so empfehlen, weil wenn ihr jetzt, so wie ich, sagen wir mal, hier Silber Elite Master seid, und ihr dann, sagen wir mal, irgendwie auf Goldnova oder Goldnova Master gepusht werdet, dann kann das halt sein, dass ihr einfach nicht da mithaltet und dass ihr dann halt immer nur auf die Schnauze kriegt und, ähm, dann steigt ihr schneller wieder ab und dann geht auch irgendwann so die Spielfreude, meiner Meinung nach, verloren, wenn man ständig absteigt oder ständig verliert. Und deswegen halte ich von Boosting nicht so viel, wenn man mal mit Kollegen sich so ein, zwei Level boosten lässt, so zum Beispiel von Silber Elite Master auf Goldnova, ist das ja noch okay, wenn man jetzt normalerweise auch Goldnova wäre, aber nur mit Randoms gezockt hat und dann halt immer abgestiegen ist. Aber sonst, meiner Meinung nach, sollte man kein Boosting machen. Man sucht sich am besten einfach irgendein Team, das dann ein oder zwei Level noch über einem ist, dass man, ähm, noch halbwegs mithalten kann oder zumindest als Supporter oder AWPler, ähm, noch ein paar Kills rausholen kann. Oder, ja, supporten kann, wie auch immer. Und, ähm, naja, ich hoffe mal, ich konnte euch so die Seite ein bisschen näher bringen und, ähm, ihr werdet hier hoffentlich mal, oder hoffentlich ein Team finden, oder ich gehe mal davon aus, dass ihr ein Team finden werdet. Und hier könnt ihr gucken, äh, was ihr alles mit Premium machen könnt. Hier das billigste Premium ist 3 Euro und, äh, ja, steht einfach, was ihr alles dadurch bekommt oder beziehungsweise freischalten könnt. Und das teuerste 10 Euro im Monat. Wie gesagt, CSGO Team Finder wird wahrscheinlich, oder wird auch in der Beschreibung drin sein. Und, ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuhören. Und, äh, ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen die Seite näher bringen und ihr werdet endlich aus Gold oder aus, ne, aus Silber oder aus Gold irgendwie aufsteigen und haut da rein. Und, ja, dann kommt ihr da повтор terrain. Untertitelung des ZDF, 2020